So, dann wären wir wieder, zurück in die Polizeiwache. Sorry, Kind. Politik. Achso. Wie, Politik? Ich muss mich da rein. Sorry, Kind. Politik. Hä? Ich höre, du machst ein paar aus dem Buch-Polizei-Werke, Vigilante. Nice. Warum willst du mich nicht da rein? Was ein produktiver Tag. Sorry, Kind. Sorry, Kind. Politik. Sorry, Kind. Politik. Ja, sag mir, warum ich da nicht reinkomme. Ach, okay. Ich verstehe es. Wir haben das in der Cutscene, glaube ich, gesehen. Wo die gesagt haben, dass die die Super-Ele-Dieser-Stadt, äh, ne? Nicht so toll finden. Und deren Verhalten. Und die deshalb nicht mehr, naja. Hey, Forthy, komm, play with us, big kids. Nicht schon mal da reinlassen. Oh, das... Oh! Clever umlaufen. Haha. So. Ich wusste es doch. Ich weiß nicht, wenn der Mayor folgt. Ich weiß nicht, wenn der Mayor folgt. Ich kann nicht, aber worry, dass dieser Farting-Kid wird in unsere Füße. Es gibt keine Chance, dass ich dich folge, wenn der Mayor ist. Hallo, junge Person. Ich bin der Mayor von South Park. Sie müssen sehr glücklich sein, hier zu sein. Well, all right, look. Du kannst mich helfen. Diese neue Crime-Wave in der Stadt, es ist nicht ein Coincidence. Einige Gruppe oder einige Frau ist versucht, mich zu fühlen. Die mehr Crime geht, die mehr Leute starten für meine Hände. Wer ist hinter mir, will ich mich verletzt. Ich brauche Leute wie du. Bitte, find out, wer ist hinter der Crime-Wave in unserer Stadt. Meine politische Leben betrifft auf ihn. Ich schreibe mir eine Bubble-Bathe, will du? Nein, Frau. Okay. Ich kann auf deine Unterstützung, richtig, Crime-Fighter? Was Kind mag eine Fotos mit der höchst-Rankung von ihrer Municipischen Regierung? Die hat mir jetzt keine neue Quest gegeben. Das heißt, die Quest, die mir gegeben hat, ist quasi mehr oder weniger die Hauptquests. Sehr gut. Jetzt riechen weiter. Vielleicht, wenn der Mayor dich folgt. FYI, irgendwelche Probleme, die du jetzt hast, sind in der Füße. Läge deine Karte, schreibe, Crime-Fighter, und du wirst du. Oh nein. Hatte ich in der letzten eine blinken? Aber die Mayorin folgt mir doch. Warum wollen die nicht kein Foto mehr machen? Ja, ich liebe mich in sozialen Medien Aktivitäten. Das ist so wichtig. Johnson. Und wenn andere hier... Great, vielleicht werde ich diesen auf den sozialen Medien sehen. Lass uns eine Bildung, zukünftige Voter. Johnson und Jensen. Auf behalf des... Ich habe Boobpigs, 4th E. Check them out. Wo gehst du, Pussy? Ja, die... In die Polizeiwache müssen wir dann irgendwie später nochmal hinkommen. Weil jetzt geht's halt gar nicht. Okay, was ist denn hier? Ich frag erstmal gar nicht. Hey, ich will da rein. Oh. Das war wichtig. Das brauchen wir. Den Gang schon haben wir gebraucht. Hallo. Scheiße. Ich wollte eigentlich da... Ich wollte das Ding exodieren bringen. Okay, die Typen sollen anscheinend ganz schön krass sein. Zeit, zu gehen. Da zieht sich gerade... Da zieht sich gerade ein Line. Ich bin nicht wirklich invisibel, aber meine Atoms vibrieren zu schnell, um dich zu sehen. Willkommen zum letzten Tag des Restes deines Lebens. Der fucking Kind hat mich gespürt. Alter. Es ist Zeit, Buttlord. Und warum haben wir den Angriff hier? Ich würde schon mit seinen Grund haben. Oh, fuck. Was für ein Supervillian-Shit ist das? Achso, wir haben... Die Buddhas. Ich honor Ihre Minion's Valiant Sacrifice, Professor. Don't move. You're under arrest. Hey, come on now. On the ground, now. Ah! 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 Okay, ja, der Angriff ging ins Leere. Ich habe ihn ins Leere. Der ist immer noch verwirrt für ne Runde. Das ist gut. Fucking sweet. Ah, der macht damit immer noch weiter. Okay. Es ist endlich mein Turn? Oh, danke Gott. Äh, dann greifen wir mal ihn hier an. Das könnte sterben. Ein anderer Foe, der vor der Macht von Kuhn und Freunden fällt. Don't mess this up, dickbag. All die Deckung haben wir weggemacht. Be careful, du bist neu. Chaos! Wo hast du gelernt, das zu tun? Von niemandem. Chaos ist mein Master. Ah, von den Anikern. Ich habe es. Hör auf, Flot Lorde. Ach, du Scheiße mit dem Kuhn. Du antwortest zu seinen Freunden, richtig, Leute? Ich habe trotzdem nichts gemacht, was ich gehofft hätte, wenn ich seinen Verbünden angreifen. Okay, ich glaube, wir müssen mal kurz, äh, Verbündete heilen. Geheimnis in 0.3 Sekunden, mit deinem Geld zurück. Das muss ich den Trick machen. Villanie wird niemals Kuhn und Freunde verletzen. Ja, komm, wir machen das. Ja! Oh! So, ich schütze das nächste Runde weg. So treff ich alle. Ich finde die Attacke ja super. Ohne Scheiß. Aber mitunter die effektivste halt. Ich meine, keiner der Gegner kann angreifen für ne Runde. Und werden in der nächsten Runde geschockt. Ich meine, auch wenn das hier halt nicht so viel Damage macht, ist das schon nicht schlecht. Vor allem jetzt sind die halt freiwillig für die anderen, ne? Oh, Mann, ich will auch noch mal. Und ist noch mal geschockt. Auch wenn das jetzt schon wieder aufgehoben ist. Ihr bestes Resultat, target die Groin oder Füße. Es ist Zeit, um ein bisschen Rabies zu spüren. Rechtes! Hey, Fellas, das ist super nett. Oh, yeah. Okay, neue Gegenstände erreicht. Ah, ich hätte das Ding, glaube ich, irgendwo hinschieben müssen. Oder? Nee, doch nicht. Ich hätte damit, glaube ich, nur die Cops einfach direkt killen können. Aha, der Farting-Vigilante. Hast du ein paar Momente, um ein paar Fragen zu fragen? Ich bin flattet, Kind, aber ein Superheal muss sich ziemlich speziell sein, um mich zu impressen. Was ist für den Farting-Vigilante? Ich bin flattet, Kind, aber ein Superheal muss sich ziemlich speziell sein, um mich zu impressen. Diese neue Freude-Pals-Cruhe klingt wie eine gewisse Gruppe von Superheroes. Diese neue Freude-Pals-Cruhe klingt wie eine gewisse Gruppe von Superheroes. Ah, hier gehen wir nicht lang. Einmal zum D-Mobile. Wenn sie einen Phone-Plan... Die Mobile angeboten, Missionsgegenstand. Okay. Ich habe mal an, dass es der Gegenstand. Schau an dich mit all der Storage auf deinem Begriff. Na cool. Outstanding. Noch ein Zufriedener T-Mobile-Kunde. Ich überlege gerade kurz. Soll ich kurz Schnellreise machen und dann gucken wir mal, ähm... Wo ist denn eigentlich Stance aus? Ja, das ist da. Dann schnell da hinreisen. Ich brauche hier andreisen. Hier ist es nicht. Aber erstmal gehen wir zu uns nach Hause. und ah, ich mach wieder einen scheiß Ventilator weil auch wenn ihr es hört, es ist einfach so unglaublich warm ich hoffe, das wird irgendwie die nächste Zeit kälter oder so, weil sonst naja sterbe ich hier ich hasse einfach den Sommer aus einem einzigen Grund, diese hohen Temperaturen mit denen komm ich nicht klar überhaupt nicht so, nochmal kurz gucken welches Haus war es, ich glaub das war das braune ich kann ja kurz gucken war das Haus, nächstes Haus ist das dunkelgrüne da wo er auch in der Garage steht ich hoffe, du hast mir etwas gut gebracht, Billy ich vermisse meine Patsche und diese schlappartige, glückliche Gesicht Patsche hätte mir gekostet oh ja, diese Lampskine wird einen richtigen Workout lasst uns den Vorbilder auf dem Arsch Dankeschön, ihr seid besser Leute besser, besser äh, das Item wurde natürlich aus dem Endertal entfernt logikalli hey, neue Kind, woher du? äh, einmal hier hin wir gehen nochmal oben wir klappern das nochmal oben ab beziehungsweise auf der mittleren Ebene da ist der Laden hier hier war nämlich doch ein Bild das haben wir auch schon eingesammelt ich meine, wir haben ja immer noch nicht alle von diesen Yayoi-Bildern ich frage mich, wo die letzten noch sein sollen, weil wir haben ja wirklich fast alles hier oh, gekonnt ist hier lang wir haben fast alles abgeklappert auf der Map hey, was machst du da unten? ha ha ha, du denkst, das wird nichts? da ist auch noch was oh, das ist die Mom von Dingern ja, ich will nicht Craig, mich auf Social Media sehen, wenn er so unten ist schau, wo du diesen Kister schreitst ich will nicht mit der Attemptung Robben okay, wir merken uns, sie ist hier sie arbeitet hier da mir entgeht nichts ich muss auch, glaube ich, gleich mal was probieren willkommen willkommen zu Freemans Tacos ich würde das nicht tun, wenn ich Sie war, wenn ich Sie war Sie sind in Ihrer eigenen Grave, Kind jawohl, wir sieben morgen Freemans jetzt stellt sich natürlich die Frage ist diese Crew ideal dafür? also erstmal Kräfte gucken ja, stimmt, wir haben was Neues ja, damit komme ich klar wir haben ja auch was Neues aber was Schlechtes ja dann nicht die Frage ist, lässt sich den Morgen Freeman verwirren? das macht schon ordentlich Damage, ne? dennoch brauchen wir es unbedingt also es hat, wie viel was es gemacht? 823 823 823 823 auch 135 plus freeze 126 ich glaube, ich benutze den freeze ich glaube, ich glaube, ich glaube, ihr farts sind ziemlich schlecht, huh, Kind? ich werde das das ich glaube, ich werde das du nicht möchtest morgan freeman, wenn er wütend ist was du denkst, was du denkst, was du denkst? was du denkst? was du denkst? du denkst okay willkommen zu Freemans ne, da machen wir uns später dran ist dies eigentlich ne Quest? ne, ich sehe, also ich das sehe nicht ne, dann ist er gut aber wir können den nochmal herausfordern ich habe mich in so einem Easter Egg Video gesehen, dass es ein Easter Egg ist, dass man den anreifen kann und dann einen Bosskampf gegen ihn hat ich frage mich nur, ob man den auch tatsächlich besiegen kann und wir können theoretisch die Zeit zurückspulen und oder stoppen okay, ne, hier ist nichts kann ich dich in unserer latest gear ich glaube nicht 92, da ist nicht schlecht kann man natürlich mal probieren, ne aber es kostet so unglaublich viel oh, das können wir hier ausrüsten hey, what the fuck warum hat sich das das ändern der Air what the fuck hat sich gar nicht gespeichert ah, hier haben wir was neues ja, das können wir nehmen ja, das können wir nehmen so let's go ach, weißt du was, wir gehen erstmal hier hoch na, wobei na, gehen wir erstmal hier rechts lang so oh ah, können wir gleich hier hingehen wieder nein, 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 nicht jetzt ich glaube, wir gehen eher einfach mal kurz durch ich ziehe hier hart meine Tour durch meinen Rundgang durch die Stadt das wurde, hatten wir schon gemacht oh, Poo ich habe Kremsauce an meinen Schrauben ey ach, können wir nicht mit ah, wir haben den schon alle gebracht aha wir mal kurz hier rein hier hatten wir, glaube ich, auch ein Bild gefunden ne, hier ist nichts mehr nope, dann sorry für die Störung oder ist, ist hier noch was? hmm, ne dann sorry für die Störung das little 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 das little